Jo, hallo und herzlich willkommen, liebe Hearthstone-Freunde, zu einer weiteren Episode Hearthstone mit mir, dem Lean im Standard-Modus. Ja, wir haben immer noch den 9.8.2018 und für mich ist gerade 20 Uhr für die Leute, die es interessiert. Ja, und ich habe ja vor ein paar Videos schon erzählt, dass ich das jetzt gerade mit dem Deck-Code für mich entdeckt habe. Also, dass man hier den Deck-Code kopieren kann. Und dieses Video, weil ich jetzt ehrlich gesagt nicht die Zeit und nicht die Lust habe, ich bin auch zum Heroes of the Storm-Spielen noch verabredet gleich, habe ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht die Lust und die Zeit, das von jedem Deck jetzt nochmal nachzutragen oder so. Vielleicht mache ich das irgendwann mal bei Gelegenheit, aber ich weiß ja, ihr seid alle scharf drauf, ne. Ihr seid ja alle scharf auf die ganzen Decks und deswegen mache ich dieses Video in der Videobeschreibung. Und in den Kommentaren, ganz wichtig, auch in die Kommentare gucken bitte, werde ich diese ganzen, ähm, Deck-Codes rein kopieren für euch, ja. Also, wenn euch das interessiert, mein Even-Measure-Soon wird drin sein und ich werde das auch genau hier in dieser Reihenfolge, äh, unten reinballern, dass ihr da auch nicht durcheinander kommt, ne. Das sind ja schon mal 13 Decks, die ich bisher gespielt habe. Videos zu den ganzen Decks findet ihr auch auf meinem Kanal oder in der Playlist von Hardzone Standard von mir, äh, in der Infobox oben, oben in der Infobox klicken, da habt ihr die Playlist drin, oder auch in der Endcard, genau die Seite, in der Endcard, aber auch auf dem YouTube-Kanal, wie gesagt, da findet ihr alle Videos. Und ihr findet jetzt auch die ganzen Deck-Codes von diesen ganzen Decks, die ich hier gespielt habe. Ja, und dann, äh, ist für mich für heute, für Hardstone vermutlich Feierabend, vielleicht mache ich gleich kurz vorm Schlafengehen nochmal ein Hardstone-Video, weiß ich aber noch nicht genau, weil, äh, ich habe jetzt so eine Birne, ich muss jetzt mal was anderes machen, sonst kriege ich hier zu viel. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen, ich, äh, möchte mich nochmal, obwohl ich das in den letzten Videos schon so oft gemacht habe, trotzdem nochmal bedanken, ich kann mich nicht oft genug, äh, bedanken, für euer Feedback und euren Support. So, wie gesagt, Deck-Codes in der Videobeschreibung und in den Kommentaren und Playlist oben in der Infobox und auf dem Kanal. So, ganz kurz und wichtig, damit ihr das auch alles findet, weil ich habe so viele Videos jetzt gestern und heute gemacht, dass man da vielleicht auch mal einen Überblick verliert und deswegen diese kurzen, knackigen Dinger, wo ihr genau das findet, was ihr wollt. So, Peace out, ich bin draußen. So, Peace out, ich bin draußen.